so leute hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von games liga format es geht wieder gegen lege avar schaulos deja vu im schnee das ist mir den ball wieder so leihwand so jetzt ist der offen gut aufgepasst gaios weit vorne viele pressbälle so was darf man sich nicht hingehen lassen so eine chance oder wenn es mir passiert hätte hätte ich schon wieder erfolg gegen mich gehabt oh so nein so 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 ball ist noch heiß ball war es so 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 das hätte sicher fix gelb gehen müssen keine chance am ball nein nein alter scheiße ja sinn schön gemacht der Haken frei gemacht den Spieler somit geht man daheim in den Rückstand oh kupiki ho dä yeah 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 Oh, ein Grader Pass wäre gescheit gewesen. Pause ist wichtig einmal. Mal schauen, was man hier machen kann. Wir werden gleich auf ein bisschen mehr fahren setzen. Yes! Schön! Wuchtig ins kurze Eck am Torwart vorbei. Au! Scheiße! Wuchtig ins kurze Eck am Torwart vorbei. Zwulinski! Boah! Scheiße! Unnötig! Wuchtig ins kurze Eck am Torwart vorbei. Oh, Alter! Oh, Alter! Nein, da kommt er noch ran. Der kommt da noch ran. Oh, Alter! NANANANANANANAN Boah 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 Schön Geios Boah, der war nice Der war echt nice, kommt in meine Auswahl, Leute Sein erstes Und was, Fans? Und dann fällt er gleich so Fuck Das war's, ciao Papa Das darf man so nicht machen Oh 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 Du hast so ein wunderbares Tor gemacht, aber gelbe ist nicht sehr förderlich. Yes, gerade zur richtigen Zeit kommt das Tor. Du hast so ein wunderbares Tor. Schön ausgespielt, bist du deppert. Der Cat ist in der Sack, würde ich sagen. Ein bisschen glücklich mit der Stange, aber egal, ist so. Ja. Das muss ich offen und ehrlich zugeben. What? Was weiß ich jetzt, Alter? Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Okay. Okay. Bitter zur Rüde attackiert. Okay. 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 Bist du deppert da? Oder mit der Roten läuft es besser denn je. Unglaublich sein erstes Tor erst. Oder mit der Roten läuft es besser denn je? Okay. oder mit der Roten läuft es besser denn je? Oder mit der Roten läuft es besser denn je? Oder mit der Roten läuft es besser. Das zweite Abbrach aber macht nichts. Schön schön. Ja, erste Halbzeit Maut, zweite Halbzeit Vollgas geben. Aber erst auch, muss man sagen, ab der Roten Karte wurde es so richtig gut das Match. als wenn sie das gebraucht hätten. Ja, aber wie gesagt, gut gespielt. Damit Tabelle übernommen, glaube ich. Schauen wir uns das mal an. Ich glaube, Liga Warschau war an erster Stelle. Ja, hier sehen wir es, Liga Warschau wurde abgelöst von Lechertanzing. Wie es weitergeht, seht ihr das nächste Mal. Ich bin der Fanggeber. Macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba. Ciao.